Ja, du Trans-Hört. Entschuldigung, ich musste eben gar so lachen. Wenn ich dein Auto fahren würde, ich hätte mir hinter der Trans noch ein E gemacht. Aha. Jeder, der hinter dir her fährt, der ließ du Trans-Hört. Entschuldigung, aber der nutzt einfach mal raus. Spaß muss ein. Alles gut? Kein Ding? Kannst du das hier abfotografieren und irgendeinen Kollegen schicken und dann machst du noch ein eBer-Photoshop dahinter? Ach nee, du, ohne Mühe mache ich mehr nicht. Dann gib mal deinen MAN die Sporen hier, ich will mal was sehen. Ja, hier kriegst du nichts zu sehen, die haben so scheiße geladen heute.